Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feindesign, der Podcast für Kreativschaffende und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Franziska Hehle und ich interviewe in jeder Folge eine Gestalterin oder einen Gestalter. Mein heutiger Gast ist Manuel Bayer. Er studiert an der FH St. Pölten und macht dort aktuell den Diplom-Ingenieur in der Masterklasse Experimentelle Medien. Seine Werke sind aktuell in der Barox Media Ausstellung im Stift Melk zu sehen. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Manuel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Deine Fotos sind ja gerade im Stift Melk zu sehen. Was ist das denn für eine Ausstellung? Die Barox Media ist eine Ausstellung, die ein Teil der Barocktage des Stift Melks sind. Diese finden jedes Jahr statt und die Masterklasse Experimentelle Medien des Masters Digital Design darf jedes Jahr einen Ort bespielen, sage ich mal. Deine Fotoserie trägt den Titel Color Rain, also Farbregen. Was können sich denn unsere ZuhörerInnen darunter vorstellen? Also die Fotoserie habe ich speziell für die Barox Media angefertigt und es ist eine Selbstportrait-Fotoserie. Die einzigen Hilfsmittel, die ich verwendet habe, sind UV-Farben. Das sind spezielle Farben, die unter Schwarzlicht leuchten. Dann hatte ich Freunde zur Hilfe, die mich angemalt haben und besprenkelt haben. Und genau, dadurch sind dann Fotos entstanden, die förmlich leuchten, wenn man sie ansieht. Also vielleicht kennst du es vom Club, wenn dein weißes Shirt oder deine Schuhbändel auf einmal anfangen zu leuchten. Das ist eigentlich genau dieselbe Technik. Das klingt alles sehr modern. Warum denkst du aber, dass es trotzdem perfekt zum Ausstellungsthema Barock passt? Damit verbindet man im ersten Moment ja eigentlich vor allem alte Gemälde, große Reifröcke, das Schloss Versailles und so weiter. Genau, da hast du recht. Mir ging es aber eigentlich um den Kontrast zwischen dem barocken Zeitalter und den neuen Medien. Barock ist für mich von der Farbwelt her recht freundlich und pastellig und viel rosa, beige, also ganz, ganz helle Farben. Und meine Fotoserie wirkt eher ein bisschen düster auf schwarzem Hintergrund und sehr grelle, helle, leuchtende Farben. Und genau, ich fand einfach den Kontrast, wenn dann diese Bilder in der barocken Atmosphäre stehen, hat das eine besondere Wirkung. Dieser Kontrast, den du da gerade angesprochen hast, der spiegelt sich auch in der Corporate Identity der Barocks Media Ausstellung wieder. Hattest du da auch deine Finger im Spiel? Ja, genau. Die habe ich mit einer Studienkollegin zusammen gemacht, also die Corporate Identity. Der Hintergedanke da war eigentlich, dass wir barocke Elemente nehmen, aber auch Elemente aus den neuen Medien, damit es zu unserer Masterklasse passt und haben die versucht zu vereinen. Und wie du gesehen hast, sind die Hintergründe von den Flyern, den Plakaten, den Stickern und den Social Media Posts, sind alle schwarz und darauf zu sehen sind rosa Wolken, kleine Sterne und das Logo, wo vielleicht eher ein bisschen an einen Planeten erinnert. Und da ging es wieder um den Kontrast, weil im Barocken ist alles mit diesen Zuckerwattewolken versehen und wir haben diese aufgefangen und wollten noch einen Kontrast schaffen. Und auch in der Schrift, die Überschrift der Ausstellung ist eine Fraktur, aber der Fließtext ist eine moderne Typewriter-Font. Wo können sich denn interessierte Personen, die uns jetzt zuhören, Informationen holen zur Ausstellung? Grundsätzlich haben wir klassische Medien und neue Medien verwendet. Wir hatten Flyer, Plakate, Sticker, die wir überall, wo es möglich war, verteilt haben. Und auch auf Social Media hatten wir einen eigenen Instagram-Account, auf der wir die Ausstellung promotet haben. Und genau, also die Augen offen halten. Auf der FH-Seite kann man sich informieren und sonst auch direkt beim Stift Melk. Und eine Ausstellung wird es auch nächstes Jahr wieder geben, oder? Genau, die Ausstellung findet jedes Jahr statt. Ich werde nächstes Jahr leider nicht als Aussteller dabei sein, aber mit Sicherheit als Zuseher und freue mich schon auf die Projekte im nächsten Jahr. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Kommen, Manuel, und danke für die Einblicke in die Barox Media-Ausstellung. Danke für die Einladung. In der nächsten Folge darf ich Stefan Sargmeister begrüßen. Welche Fragen habt ihr an ihn? Schreibt mir einfach auf Instagram at feindesignderpodcast und vielleicht hört ihr nächste Woche schon eure Frage hier. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, schaltet wieder ein zu Feindesign. Vielen Dank fürs Zuhören auch.